Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tages-Taro am 17. Oktober 2017 9 der Stäbe Wir suchen einen Ausweg von einer bestimmten Situation. Oder wir suchen unseren eigenen Weg und da treffen wir unseren eigenen Entscheidungen. Weil wir möchten keine Umwege machen. Und da können wir momentan auf unsere Intuition vertrauen. Wir sollen aber achtsam sein, weil es gibt noch Hindernisse. Oder lauscht eine Gefahr. Und das sollen wir auch wahrnehmen. Und diese Hindernisse natürlich überwinden oder die Gefahren erkennen. Was uns momentan zu einer guten Idee bringt, wenn wir in Natur sind. Oder machen wir einen Spaziergang im Wald. Bekommen tolle Ideen. Und natürlich auch die innere Ruhe. Diese Taro-Energie ist natürlich allgemein. Allgemein möchten Sie gerne wissen, in welchem Energie Sie befinden. Und wie sollen Sie Ihre Entscheidungen treffen. Was soll der nächste Schritt sein? Dafür bin ich gerne für Sie da. Und dazu eignet sich ganz gut ein Blitzberatung. Wie funktioniert ein Blitzberatung? Per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung.at.denderasusannamedici.com Sie stellen Ihren Fragen oder beschreiben Sie Ihre Lebenssituation. Und ich werde diese E-Mails persönlich blitzschnell beantworten. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und ein guter Rat ist natürlich Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Vielen Dank. Vielen Dank.